wenn jetzt nichts dazwischen kommt sehen wir uns geht heute weiter mit der nächsten tollen mission und zwar die nummer mit dem porträt wir haben nichts weiter hofften zumindest nichts was ich jetzt machen kann leider ist das so pf ist wieder hat der ob ich ja sogar sagen pf ist wieder unterwegs wir haben leider gar nichts weiter hier ist noch was ist oben oder weil ich will eigentlich gerne das ding jetzt nicht unbedingt heute noch angehen oder in der wir machen wir auch nicht wir machen ich habe etwas ärger mit der bibliothekarin ich erschaffe gern eigene zaubersprüche ich dachte mein feder leicht spruch wäre perfekt für meine bibliotheksbücher es ist so schwer sie den ganzen tag herum zu tragen ich muss bei der beschwörung das lateinische wort feder mit vogel verwechselt haben als ich in der bibliothek meine tasche öffnete flogen sie einfach davon klingt dafür aber ein paar bücher ziemlich kompliziert nur um keine bücher tragen zu müssen vielleicht aber einfach ist langweilig neue zauber müssen ja irgendwo herkommen warum nicht von mir ich würde die bücher ja selbst einsammeln und den zauber entfernen aber es ist nicht das erste mal dass einer meiner sprüche die bibliotheksruhe stört amit hat madame scripner erzählt dass das meine bücher sind und sie hat gesagt wenn ich noch mehr ärger mache schreibt sie meinen eltern könntest du sie vielleicht für mich holen es sind nur fünf stück du bist neu hier da wird sie nicht misstrauisch sein warum hat amit madame scripner gesagt dass es deine bücher war ich glaube nicht dass er es böse gemeint hat ich denke er war beeindruckt und wollte mit mir angeben amit verbringt viel zeit damit die sterne anzustarren aber er erkennt einen guten zauber spruch na dann auf geht's wenn ich zeit habe ich wäre dir so dankbar eines der bücher ist mein tagebuch das sollte nicht in die falschen hände geraten wenn du sie einsammelst und mir bringst kann ich den zauber entfernen ja dann machen wir das doch die flug literatur sammler chris elias fliegen die bücher aus die bibliothek wir machen das doch mal irgendwie habe ich da gerade so ein bisschen das drauf das nebenbei zu machen wenn ich an diese bücher will muss ich sie mit geschafft nur zwei wo wir sollten mit den freuden von mr bickel sprechen ich glaube ich kann mich von zu hause davon schleichen wir treffen uns in der nähe von hocksmeet und überlegen uns einen plan das machen wir auch nicht glaube ich nicht jetzt ich würde gucken wir sind gleich wieder runter oder zwei von fünf warte mal kurz haben wir noch hier wie eine möglichkeit ein brief damit drei haben wir zwei fehlen noch müssen wir jetzt hier umspazieren und warten dann ist da irgendwo ich weiß wie und wo ich die zentauern um den schutz der schnazer bitten kann im verbotenen wald kräftigen 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 und zweifel so ich werde nur hoffen dass die jetzt irgendwie auftauchen die bücher oder was oder müssen wir wie sieht das aus wieso sind wir sind ja die bücher angeblich ja guck mal wie ist die da Oh, da ist was. Klar. Das ist ein totaler Schlüssel, aber das Problem war, wo ist denn der Schlüssel dafür? Da ist was, warte mal. Dann haben wir hierzu noch eine Aufgabe, ein Dings. Da. Warte mal, dann war das auch nebenbei doch. So, eine weitere Ausmarke, das wäre dann Nummer 11. So, das ist nur ein Zufall passiert, dass ich das Ding gefunden habe. Weil ich wusste, dass wir dann hier von dem Ding noch... Das ist doch ein scheiß Buch. Oh. Das ist doch wichtig. Tschüss. Oh. 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 Da oben kann es nicht sein, ne? Also, das Geklingel kommt von oben. Das ist eigentlich fast klar. Na. Oh. Ich will nicht runtergehen. Ich will hochgehen. Oh. 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 Ettlich. Baby. Beleo. Beτού. Be sait." Rebellion. Oh, das ist doch unten und draußen. Das ist halt die Drecks-Boost-Seite. Da muss das doch irgendwo daneben sein. Ja, ich mach schon wieder andere Dinge. Also die muss ja hier unten irgendwo sein, die Nummer. Ist das Buch unten? Nee, ne? Nee, ist die Hunde. Garantiert nicht, oder? Nee. Was ist denn das letzte Buch? Was ist das? 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 Ja, das ist doch nicht unten, oder? Was ist das? 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 Okay. Okay. Hey, warte. Das ist das Ding. Ich hab's doch gerade gesehen. Da. Oh, das kann doch nicht sein. Warte, 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 warte. Jetzt ist doch das Buch. Oh, ist das nicht das Buch, oder? Ist doch. Oh, Entschuldigung. Was ist das? Er ist das? Oh, das kann doch Diseben. Das ist dieses Buch. Oh, das ist das Buch. Wonach, ich hab das believe? Oh, ich hab das nicht. Oh, das ist das Buch. Oh, ich hab das Buch. Oh, das ist das Buch. Was ist denn der scheiß Buch hin? Oder was ist das Ding? Das kann doch nicht sein, oder? Wo sind diese Drecksbücher in der Bibliothek? Das war das doch nicht, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist nur Zufall, das ist nicht das Buch! Nee, nee, das ist das nicht! Das ist das Buch! Das ist das Buch! Das Buch ist das Buch! Nee, nee, das ist das... Du fliegst doch nicht zu voll rum! Aber wo ist dieses Drecksbuch? Ist das ein Bug, dass das nicht fehlt? Okay, dass man das nicht findet! Das Buch ist das Buch! Das Buch ist das Buch! Ich sehe aber auch nichts anderes blau leuchten! Das Buch ist das Buch! 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 Dann haben wir das auch, die Nummer! ich habe deine bücher inklusive tage diese schwere last nehme ich dir jetzt gerne ab tschüler nicht erfahren sollen was du wirklich denkst solltest du dir eine überlegen das hätte ich wirklich nicht von dir erwartet schatz das würde ich doch nie tun ich wollte dir nur beibringen vorsichtiger zu sein lektion gelernt in nächster zeit werde ich sicher keine zauber sprüche mehr in der bibliothek üben gut mal sehen was da schief gegangen ist vielleicht sollte ich mein latein etwas auffrischen so damit haben wir das auch damit melde ich mich heute ab wir sehen uns in der nächsten folge wieder bei japan